Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem, oh, sehe ich gerade jetzt erst den 13., nämlich August 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1061. Und heute habe ich euch die folgenden Themen. TikTok, AVM, VW, Signal und Honor. Und ich bedanke mich für all diejenigen, die mich in den letzten Tagen das eine oder andere Mal oder viele Male darauf hingewiesen haben, also vom daily.geektalk.ch, Blog, da wo die ganzen Shownotes auch drin sind etc., seit etwa vier Folgen das Cover fehlt. Ja, das ist leider so, weil mich dieses lustige Plugin, was ich da nutze zum Podcasten, plötzlich keine Sache mehr einbinden lässt. Ich hatte noch keine Zeit, den Fehler zu finden. Es kann sein, dass es einfach ist, muss aber nicht. Ich hoffe, ich kann es bald fixen. In den Podcatchern, euer Wahl, kommen die auf jeden Fall an. Dann starten wir doch mal mit TikTok. Nämlich, gibt es eine neue Rangliste in dem Sinne? In den letzten Jahren, wenn man sich so die Best of der Messenger und Social Networks Apps angeschaut hat, hat man nur etwas gesehen. Und zwar Facebook, 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 Facebook. In etwa so. Zumindest ist es jetzt nicht mehr so. Es ist nicht irgendwo dazwischen eine Störung, die ist ganz vorne angekommen. Die chinesische App TikTok ist jetzt auf Platz Nummer eins der beliebtesten Apps, die es da so gibt. Nachher gefolgt ganz schnell natürlich mit Facebook, 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 Facebook. Und zwar in Form von Facebook. Und dann, was war es? Instagram? Nee, WhatsApp. Dann Instagram. Und ich glaube, dann irgendwie nochmals was mit Facebook und so. Ja, ach genau, Messenger. Und dann Snapchat, Telegram und so weiter. Schade, schade. Aber schön, dass jetzt zumindest der Zuckerberg nicht mehr ganz so viel Freude hat zurzeit wahrscheinlich. Weiter geht es mit AVM. Auch da eine kleine Neuigkeit. Die Fritz App WLAN, die ich jedem, der sein WLAN optimieren möchte, empfehlen kann. Die hat ein schönes, praktisches, kleines Update bekommen mit zwei grösseren Geschichten, in Anführungs, kleinen Geschichten, aber nützlichen Geschichten. Eine davon möchte ich nennen. Ihr bekommt nämlich jetzt zu Gesicht, in welchem WLAN-Standard ihr euch befindet. Das kann manchmal auch sehr, sehr hilfreich sein, um zu sehen, zum Beispiel, wie weit der 5 GHz Bereich geht und ab wo man dann im 2,4 GHz Bereich unterwegs ist. So kann man mal ein bisschen durch die Wohnung tingeln und schauen, wie weit das bei sich zu Hause der Fall ist. Macht richtig Spass. Zumindest, wenn es draussen regnet und man nicht in die Sonne kann. Oder für mich erst recht, wenn die anderen draussen an die Sonne gehen, geniesse ich das Kühle daheim. Genau. Nicht ganz so kühl ist der Kopf vom aktuellen VE-Chef. Der hat sich im letzten Jahr schon mal ausgelassen über Ionity. Ionity, genau. Das ist eine Company, die gegründet wurde im Jahre 2017 von BMW, Daimler, Ford, Volkswagen etc. etc., die es zur Aufgabe hatte, entlang der europäischen Autobahn Schnellladesäulen aufzubauen, damit eben genannte Autos sowas ähnlich Komfortables wie Tesla-Fahrer haben. Haben sie leider nicht. Wie gesagt, im letzten Jahr hat er schon mal gemotzt, zu Recht, weil neben diesen Schnellladesäulen gibt es weder WC noch Kaffee noch sonst irgendwas. Und vielerorts sind die Säulen, ausser Betrieb, Defekt und solche Geschichten. Das ist natürlich sehr, sehr unschön. Jetzt wollte der junge Herr wieder einen Ausflug machen, dieses Mal vom Bodensee an Gardasee. Ging nicht durch die Schweiz, sondern über den Brenner. Und da war es wieder traurig. Irgendwo keine Einkaufsmöglichkeiten am Ende der Welt sind dann, was waren es, vier Ladesäulen. Ist ja lächerlich. Aber ja, wahrscheinlich gibt es nicht viel mehr von den Autos, die da leider mit rumkurven. Die Ionity hat dann auch schnell reagiert. Auch da Chef höchstpersönlich, zumindest die COO davon, hat sich gemeldet, dass sie sich für das Feedback bedanken und dass der Brenner auf der Liste für ein Upgrade stehe. Man aber auch in Norwegen, Schweden, Frankreich ganz viel Anstieg von E-Autos bekommen oder gesehen hat, bemerkt hat, wie auch immer, und man jetzt da zumindest zuerst mal reagieren werde. Ziemlich unschön. Vor allem, wenn man das Ganze ja so stark vorantreiben möchte. Weiter geht es mit Signal. Und da freue ich mich darauf, wer nämlich Messenger nutzt, um Bilder zu verschicken. Vor allem auch die vorgenannten Facebook-Geschichten. Aber auch bei Google ist es vielfach so, dass da die Bilder gekürzt, gekröpft und geschrumpft werden, damit sie schneller durch dieses Netz gehen, deren ihre Server weniger belasten und, und, und. Das ist ja, und deshalb liebe ich es so, bei iMessage nicht so. Im Gegenteil, da muss ich proaktiv sagen, ich möchte das Zeugs kleiner verschicken. Das finde ich toll. Jetzt neu geht es auch bei Signal und zwar bis zu einer Auflösung von 4K kann man jetzt da Bilder durchjetten und durchhauen. Das macht Spass. Zu guter Letzt haben wir noch Neuigkeiten von Honor. Die haben ihre neue Magic-Serie vorgestellt. Honor war früher die günstige, eher günstigere Untermarke von Huawei-Smartphones. Das wechselt sich jetzt ganz stark. Mit der neuen Magic-Serie kommen nämlich Go Beyond. Man möchte zurückkommen und zwar im gehobenen Preissegment. Bei der Magic-3-Serie, vor allem beim Pro-Plus-Modell, langt man da auch ganz kräftig zu. 1.623 Schweizer Franken. 1.499 Euro sind das. Und somit, ja, es ist so. Die Teile sollen auch in die Schweiz kommen. In 50 Ländern soll es an den Start gehen. Was bisher noch unbekannt ist, ob Google auch mit on Board ist. Und das, hoffe ich, klärt sich so ziemlich schnell. Weil sonst werden das ziemlich heftige Ladenhüter. Was ist da drin? Technik vom feinsten Qualcomm Snapdragon 888 oder sogar der Plus mit 12 GB RAM, 512 GB interner Speicher und so weiter. Und sofort Schnelllade, Unterwasser und Bildwiederholungsfrequenzen von 120 Hertz ist alles mit dabei. Ja, ich bin gespannt und hoffe es für Honor und dann werden wir weitersehen, wenn es dann so weit ist. In diesem Sinne, das waren es die Neuigkeiten, die ich heute und somit auch für die komplette Woche für euch hatte. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten wieder reinhört und wünsche euch derweil schon mal ein schönes und erfolgreiches oder besser gesagt erholsames Wochenende. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.